so da wären wir wieder die science packs sollten alle schon mal rein genau damit wir gleich sterben gehen können und derweil während die forschung durchtickert baue ich mal das hier auf dass wir uns später keinen kopf machen müssen um schulversorgung nur wie also hier kommt boiler hin das ist keine frage die forschungsdinger kommen da weg hier kommt später noch eine pumpe hin aber wie fließt die kohle ich glaube so rum ist nämlich falsch sollte das serpentin artig machen also schön mittig ja sehr schön das sieht auch gut aus sondern hier andersrum das will er da nicht nachträglich drehen okay das wusste ich nicht also ja ich wusste dass man sachen nachträglich drehen kann ich wusste nicht dass das mit fließbändern auch geht ja praktisch ok dann halt so 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 und von oben irgendwo kommt die kohle sagen wir mal es gibt kein mittig sagen wir mal es fließt einfach hier lang so 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 gibt mir noch ein paar fließbänder fließbänder da so dann packen wir jetzt erst mal eine kiste dahin kriegst du hier das ding hier die kiste hin wir müssen möglichst schnell die besseren strommasten erforschen weil es wird immer wieder vorkommen dass genau das fällt wo wir keine stromversorgung haben das fällt sein wird was wir brauchen und du schnapp 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 so kohle kohle rein da ok soweit passt das forschungspunkte hier nehmen und das wird nicht reichen wir brauchen mehr forschungspunkte da schnapp ich mal ein bisschen eisen hier ja kohle 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 ganz viel stein das können übrigens unsere erste fabrik reinpacken einfach aus stein die zahnräder machen das ging direkt aus stein das mussten keine ja es mussten keine ziegel sein gut ok erste fabrik fragezeichen da das heißt wir machen und das können wir direkt daneben machen theoretisch praktisch überhaupt machen da müsste das richtige muster sein wenn ich da sind zwei fälle abstand dazwischen so zwei fälle abstand da ich hätte gerne nicht die doofen kohle ärmchen ein so ding reicht doch erstmal so bauen wir die fabrik ihre langsame fabrik wird sein da da aus der kiste in die kiste aus der fabrik in die kiste und du stellst hier nun die tag zahnräder bietet das ding hier unten was kein stein mehr produziert kann weg Schade. Eigentlich wollte ich ein so ein Ding haben, das für Zahnräder produziert und eins, das normal Stein herstellt, aber ich glaube, das meiste an Stein verarbeiten wir eh zu den Dingen an hier weiter. Also passt das schon irgendwie. Science Packs. Brützel. Brützel. So, das sollte reichen. Okay, also Plan ist, wieder runterzulaufen und diesmal nicht weil ich habe eben zuerst auf die Viecher geschossen. Ich muss diesmal wirklich den Viechern entgegen laufen. Ist das da ein großer Beißer? Nein, das ist ein Stein. Den Viechern entgegen laufen und einen von den Spawnern killen, oder? Oh, fuu. Erstmal warte ich, bis die Shooting Speed hoch tickt. Dann hoffe ich das Beste. Lass mal nochmal abspeichern. 2.1 Save. Ja. Komm, ticker schneller. Jetzt sagt man nicht. Ah, okay. Shooting Speed würde 100 kosten. Damage würde mehr kosten. Underground Belts, Fast Inserter. Hydraulik, Zement. Okay. Ähm, Türme. Ich glaube, Türme ist eine gute Idee. So, jetzt einfach geschwindig. 0,5-fach Geschwindigkeit. Kann ich noch weniger falsch machen. Erstmal versuche ich jetzt. Das geht nicht. Ja, doch. Jetzt müssen sie nur töten, bevor sie respawnen. Oh, hält das Ding viel aus. Ach, du Kacke. Na komm, 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 komm. So, jetzt kann ich da drauf halten. Guck dich das mal an. Das wird nix. Okay, lauf. Ich hab keine Munition mehr. Du. Stell Munition her. Schneller. Hier können sie mich beißen. So, lauf, 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 lauf. Einfach Geschwindigkeit. Okay, wir haben ein Problem. Die Spawner sind stärker geworden. Viel, viel stärker. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Türme bauen müssen. Wir werden die sofort aufstellen müssen. Und zwar hier irgendwo. Und dann müssen wir eventuell doch auf den Turm-Trick zurückgreifen. Also, dass wir die Türme quasi direkt vor die Basis aufbauen und ballern lassen. Ist zwar ein bisschen, ne? Komisch und so. Aber ich weiß nicht, wie schwer der Mod noch wird. Und ob das vielleicht damit reingerechnet ist. Also, es gibt ja viele Mods, die rechnen quasi schon damit, dass die Spieler versuchen, möglichst viel auszunutzen. Und wenn man das dann nicht macht, dann... Nicht so gut und so. Also... Licht? Fragezeichen. Ja, komm, Licht ist wichtig. Ich kann sonst hier nachts gar nichts sehen. Du, weiter. Science-Packs, Science-Packs, Science-Packs. Okay, also Stromversorgung steht. Viecher töten, unten können wir knicken. Kohle kommt gut. Hier oben haben wir noch normale Steine. Das ist praktisch. Wobei, wir haben schon dezent viel Stein da. Das passt. Ich glaube, ich baue gleich nochmal eine Fabrik. Du. Und die macht Science-Packs. Für Science-Packs rot brauchen wir nur diese Stein-Dinge. und Kupferplatten. Das heißt, wir könnten hier statt der Kiste eine Fabrik hinstellen und das mit Kupferplatten bearbeiten. Du, hör mal auf. Du, geh mal weg. Ja, Fabrik. Dahin. Du, stellst Science-Packs her. Du bekommst hier eine Kiste. Du bekommst da ein Ärmchen. Du bekommst da ein Ärmchen. Du bekommst da eine Kiste. Ich fange jetzt schon wieder genauso an wie vorher. Du machst Science-Packs. Und was ich mit vorher meine, ist, dass ich die Sachen jetzt so aufbaue, dass ich immer noch ganz viel hin und her laufen muss. Aber wir haben halt echt ein Problem. Ich kann jetzt nicht... Oh, da hinten ist irgendwie... Ja, dich können wir abbauen. Wir haben ein Problem, nämlich unten die Basis. Ich kann jetzt nicht anfangen, schon ewige Strukturen aufzubauen, die langfristig da bleiben werden. Und wo alles hochautomatisiert ist mit untereinander verknüpften Fließbänden und was weiß ich. Das geht einfach nicht. So, Licht haben wir. Tool-Belt? Nö. Smart-Inserter? Nö. GameStone-Processing? Nö. Radar-MK2-200. Willst du mich veräppeln? Ich glaube, ich nehme weiter die Shooting-Geschichten, oder? Gun-Turret-Damage. Was brauchen wir für grüne Science-Packs? Stopp. Transport-Belt-Inserter. Braucht nur Eisen, Kupfer und Stein. Das ist okay. T. Gib mir bitte... Ich hatte eben gerade was anderes. Genau, geht ihr bitte das da. Research. So, ich brauche noch eine neue Spielsacke. Da. Oder wir mal zwei, drei davon. So, Gun-Turrets. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Muni. En masse. Muster ausbauen. Wobei die Gun-Turrets selber brauchten, glaube ich, gar keinen Strom. Das müsste das Ganze irre einfach machen. Also, ich mache das jetzt einfach mal. Ich gehe davon aus, dass der Mod ziemlich knackig ist. Und dass, wenn ich nicht mit Turrets aktiv arbeite, dass ich einfach untergehen werde. Kann eine Fehleinschätzung sein. Aber ist mir lieber, als wenn ich gleich nochmal anfangen müsste. Das heißt, ich nehme jetzt die Turrets. Da, die vier Stück. Stell die relativ nah an die Basis. Und dann gucken wir mal. Kann auch gut sein, dass die Turrets jetzt einfach vollkommener Mumist sind. Ich glaube, es sollte schräg rankommen. Dann kann ich die eher sehen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir brauchen alle Muni. Aber ich denke mal, zehn Clips sollten erreichen. Okay. Jetzt dürften sie immer wieder respawnen, immer wieder hier hinlaufen. Ja. Ich muss nur schnell genug Munition herstellen. Oh. Okay. Schon wieder respawned. Okay, so wird das nichts. Ich habe hier eine Rückzugsmöglichkeit. Jetzt baue ich jetzt nochmal fünf Türme. Jetzt die einen Ticken weiter vor. Und dann arbeiten wir uns so näher ran. Idealerweise hätte ich eigentlich ganz gerne Türme, die direkt neben dem Spawner sind. Wie viele hast du noch von deinen zehn Magazinen? Acht. Ah, ist okay. Ist okay. Die unten sind ein bisschen mau, aber ist okay. So, bricht das mal ab. Du kriegst hier noch ein paar. Ja, fünf brauchen wir auch. Jetzt ziehe ich gerade mal so. Was wuselt da unten rum? Bauen wir da eine neue Basis? Nicht schön. Gar nicht schön. So, Turm. Schieß. Oh oh. Turm, Turm. Mehr Muni. Mehr Muni. Okay. Ihr könnt weg. Und ihr könnt hin. Bau, 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 Bau. Schanella. So. Alter, schwirrt das Ding viel aus. Ich brauche mehr Muni. Ich brauche jetzt mal einen Turm hierhin. Schießt ihr denn vielleicht schon auf den Spawner? Nee. Du hast keinen Turm. So, gib mir. Komm, da. Ah, die schießen schon. Okay. Haben nur genauso schnell keine Munition mehr. Und haben nur noch keine Munition mehr, um auf die Viecher zu schießen. Das ist allerdings nicht gut. Mehr, mehr. Oh, keine Eisenplatten. Nein. Rückzug, Rückzug. Gib mir einen Turm her. Flea Forest. Okay. Also wir müssen uns... Das ist abgefuckt. Das ist echt... Da arbeite ich schon mit den Türmen und trotzdem ist das so ein Heckmeck. Okay. Wir machen das gleich nochmal. Aber mit 613 Eisenplatten. Und ich hätte gerne eine Fabrik, die Munition herstellt. Was brauchen wir für Munition? Nur Eisenplatten. Also hier. Brech das mal kurz ab. So, bau die Fabrik. Das kann hier weg. Das kann da weg. So, Fabrik. Hierhin. Nimm ein Ärmchen. Von da. Stell her. Munition. Tu das in die Kiste. So, und von hier aus haben wir nirgends wo Strom. Richtig? Richtig.